Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo, moin Leutinnen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Jo, beim letzten Mal hatten wir uns die Nachtexpedition vom Garten der Giganten gegönnt. War relativ enttäuschend, diese Nachtexpedition tatsächlich, beziehungsweise leichter als erwartet. Und heute wollen wir wieder in den Urwald zurück, aber vorher müssen wir noch die ganzen Gespräche absammeln und natürlich auch noch unseren Bonus für Otten abholen. Auch wenn wir die Heilung bisher nie genutzt haben. Mehr als upgraden können wir sie halt nicht. So, du willst auch noch was von mir? Da hinten habe ich auch schon gesehen. Wieder viele Pikmin zerblühen lassen. Können wir uns dann gleich auch noch den einen Bonus holen. Wir wandern ja langsam aber sicher auf das Ende von dem Spiel zu. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Ich habe die Namen mit meiner Liste verglichen und komme bestätigen, dass alle Teilnehmer der Betungsreise gerettet wurden. Viel ist es nicht, aber es soll dir gehören. Und falls du es nicht zu viel Mühe machst, unterschreib mir doch bitte den Erhalt. Du hast das Spiel gewonnen. Viel greifbar, das bekommst du dafür nicht. Aber der Stolz über den Sieg macht das wieder wett, oder? Tausend Kreaturen fertig gemacht. Vielleicht sollte ich dich irgendwann einmal zu einem richtigen Kampf herausfordern. Hey, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mich zu retten. Ich bin Sammy. Ich erforsche Hoch- und Tiefdruckgebiete. Wolkeninformation und allgemein das Wetter halt. Letzteres ist auch diesem Planeten übrigens spitze. Immer dieser blaue Himmel. Da fühlt man sich direkt richtig gut. So als hätten sich mit den Wolken auch alle Sorgen verzogen. Warum regnet es eigentlich nie auf diesem Planeten? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. So, dann waren es glaube ich auch alle. Dann können wir uns jetzt hier mit den Rohmaterialien noch den Booster gönnen. Und haben als nächstes den Luftschild++ vor uns. Ich kaufe mir auf jeden Fall mal wieder einen Vorrat an Eisbomben. Steinbomben haben wir ja noch ein paar. Ach komm, ich kaufe trotzdem zwei. Mit den restlichen will ich noch ein bisschen was auf Vorrat haben, falls wir unterwegs nochmal was brauchen. Hier ist tatsächlich noch jemand, der reden will. Man sagt mir, dass du mich gerettet hast. Danke, ich stehe in deiner Schuld. Ich bin Boris, ein Auto, der keinen einzigen Satz mehr zu Papier bringt. Du armer. Als ich gesehen habe, wie du an Hindernissen heringehst, habe ich erkannt, dass ich eigentlich immer vor ihnen davonlaufe. Ich bin vor meinem Verleger davon gelaufen. Von meiner Schreibplakate und sogar vor den Fans, die mein Buch lieben. Aber das ändert sich nun. Ich werde mein Bestes tun und meine Fans nicht so enttäuschen, die auf ein neues Buch warten. Ja, dann viel Glück. So, wir sind wieder im Urwald. Wir haben ja auf jeden Fall ein paar Danduri-Herausforderungen schon entdeckt. Hier oben liegen noch ein paar Leichen. Gehen wir doch erstmal dort erkunden, die Ecke hier. Links rum. Ja genau, in die Richtung muss ich. Kann ich da drauf springen? Jo. Erstmal nur die Weißen. So. Das dürfen die Weißen gerne wegtragen. Ich sag dir die Weißen. Ach, egal. Ich bin im Schleim. Oha, was für ein tiefer Sumpf. Schnell zurück auf festem Boden. Sofort. Hat der gerade alle meine Weißen gefressen? Einen Moment. Ich hab keinen Niemann auf mir sitzen lassen. Wir drehen mal eben kurz die Zeit zurück. Okay, ich hab die Zeit mal eben kurz zurückgedreht, weil wir haben gerade richtig viel von den Schlammviechern verloren. Äh, von den Weißen. Wie bekämpfe ich dich? Ich glaub, die effektivste Methode wäre, dir einfach eine Bombe entgegen zu werfen. Wenn du gerade am Saugen bist. War ich überhaupt gegen diese Brütze? Auch Ortschen kann darin halt nicht schwimmen. Auf und zu. Fels und Weiße. Okay, erst mal Überblick. Da haben wir ein paar Glöckchen. Ich würd sagen, wir gehen so rum nach Möglichkeit. Ja, das klingt doch nach einer guten Idee. Erst mal hier hoch. So, die machen wir eben kurz die Grütze weg. So, Abtransport. So, Abtransport. So, die man Abtransport. Den Schalter will ich drücken. Aber offenbar nicht instant. Somit verhindere ich die Wege. Das transportiert Option ab. Angriff. Ehe, das transportiert, das da mal ab. So, mit dem mal auf. Das ist eine Beatzlarve. So, Ortschen, nimm den da mit. Wie wär's, wenn ihr euch auf den da erstmal konzentriert. So, nimm das mit. So, das ist ein Beatzlarve. du waren da schon mal dahin kann den weg abkürzen geschafft das war easy das war wirklich einfach unglaublich ist dann doch hier schon kehren du hast den rekord gebrochen nämlich 30 materialien danke die geschaltete person ist unmöglich das unsere chance sie zu retten ich muss das den schlamm gefrieren lassen oder brauche ich aber viele eispigmen zurzeit den schmarni zu befrieren so schluck wir können eh nicht lesen wie das ist keine sorge die machen keine eindressiger ich denke mal die ecke hier haben wir dann so weit es geht fertig liegen zwar noch zwei leichen hier ist noch der battle aber den heben wir uns ja sowieso bis zum schluss auf das ist auch eingesammelt ohne dass ich was sagen musste das könnt ihr mitnehmen wir haben ja beim letzten mal noch aufgeräumt also die basis kann ich auf jeden fall umverlegen denn dann können uns ja gleich folgen weg mit den pilzen so unser anderer trupp kommt bei denen ist es einfach einfach zu überrennen abgesehen von der höhle angriff so der schmarrn ist weg das transportieren die immer ab da hinten haben wir auch noch zu tun da ist ein lebender pilz so der rest meiner armee kommt da gerade angerannt dann legen wir uns mal mit dem pilz auf beinen an keine ahnung was du bist ich glaube du bist nur an den beinen angreifbar schnäcke ach der hat auch diesen komischen dance effekt so ich will ihn nicht so töten okay er ist so gestorben ich will ihn abtransportieren aber erstmal werden wir in diese pilz ragout stelle hier das darfst du mitnehmen otchin na gut ihr transportiert es ja für die richtigen ab das darfst du mitnehmen das darfst du mitnehmen das darfst du mitnehmen denn es ist so die armen der hinkt orange ich habe sie alle oben gebracht außer denen da jetzt habe ich alle oben gebracht davon brauche ich 30 das kann ich gerade vergessen ich habe nur 20 dabei dann sprengen wir dann eine loch das hier noch ist schlammgrube ich habe in einem bodenlos jumpfig gesteckt da drin war es manchmal stockfinster jetzt bin ich voll mit schlamm erinnert mich alles irgendwie an die landschaft hinter um mich haus okay das eingestrandete und elf schätze auf jeden fall die eispigment ich werde mal darauf tippen dass das hier zwei ebenen tief ist ich auf jeden fall schon wieder pilzland kommt man ja eine ebene dann wissen wir wie tief es ist das war mal die geflügelten mitnehmen so haben alle wieder beisammen hier unten muss ich den hier unbedingt mitnehmen so einfach graben 100 eispigment dann kannst du ja alles vereisen die machen dann schon hat schon nimm du das da mal mit du sollst eigentlich hat schon ja zu viel spaß mit den schmetterlingen aber ich kann ihn doch trotzdem vereisen oder ne oh mein gott kommt her ihr idioten Mensch. Können wir mit den Dinger nicht fahren? Ne, man konnte sie auch aus der Einrichtung nutzen. Ja, ist was Großes rausgekommen. Passt du schon. So, dann sehen wir jetzt, wie tief es hier wirklich ist. Okay, ich habe gerade den Zwischenstand gesehen, es sind drei Ebenen. Das heißt, wir können diese zwei Ebenen ruhig noch eben in dieser Folge noch machen. Da ist wieder irgendein neues Monster gewesen gerade. Ach, das Ding schon wieder. Das ist ein riesiger Rüße, Ignis. Ich denke mal, die schlauste Methode ist, den einzufrieren. Das kann Occe mitnehmen. Obwohl, nehmt ihr das mit, Occe muss da vorne was kaputt machen. Angel. Herbst-Ernte. Ich sehe mittlerweile, wie der Schlamm funktioniert. Da, wo es noch hell ist, da versinke ich nicht. Da, wo es dunkel ist, versinke ich. Aua. Aua. Was schön, da ist dein Job. Jesus, oh verdammt, dunkel unten. Vielleicht zweifelig habe ich aber einen Haufen gerannt. Und tot. Und tot. Okay, hier muss eine Brücke gebaut werden. Knobknoddel können wir ja schon mal abtransportieren. Wenn die dort brauchen, gehen wir mal in der Richtung weiter. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. ich glaube wir sind hier schon fertig ein bisschen gold wovor hat er angst ich habe auch schon alles gemacht ich wollte mir nur noch den nektar eben kurz genommen gott schon hat auch einmal angst bekommen okay nur noch eine person und ein schatz wir haben jetzt die tiefen bosskampf ich glaube das vorher zu tun ist nicht dumm hier kommt wahrscheinlich eine gigantenversion irgendwo raus weil wir nicht werden der schlamm gefroren ist kommt noch was? ist er jetzt richtig gefroren? was für ein geschenkter kampf? der kampf war ja mal komplett geschenkt ja so einfach kann es gehen ne? also was sagt die visitenkarte? das ist schon von welt und alle kanal 1 wolfgang heimplanet inui er hofft auf gute bilder und gute quoten falls es damit nicht klappt könnte ihn das in die nächste sinkkrise stürzen das ist schöner das bedeutet dass wir jetzt alle mitglieder der fernsehcrew gefunden haben ich hätte stellen zurück jemand wie Mopis die gute Nachricht überbringen können wir müssen aber das dann auch aufsammeln glaube ich das letzte aus der reihe neuer schatz ja zugreise haben wir auch abgeschlossen drei teile haben wir in dieser folge abgeschlossen zugreise bahnhof des lebens und die herbstente und die herbstente saftkissen kugel des glücks saftcontainer vier pigments sind gestorben mögen sie in frieden ruhen jo tag 45 abgeschlossen vier motivationen wiederbekommen schwerte und schilde haben wir auch abgeschlossen ich glaube die kollektion lese ich beim nächsten mal ich lese jetzt nur eine und zwar die kleine ja die der herbst ernte so hinter schwert und schilde muss ich noch lesen hier schönheitsideal heldenschild winkautomat 42 prozent haben wir so wir haben eh keinen leuchtsaft um ihnen zu helfen gönnen wir uns mal den luftschild ich denke mal das ist das letzte upgrade ja es gibt keine items mehr die er herstellen kann die mission erhalte alle hilfsmittel so rüsselbibber eine riesenhafte kreatur die einen unendlichen stromeisiger winde ausstößt man stelle sich nur ihre lungen kapazität vor mit einem solchen helfer könnte man sich an heißen sommertagen wunderbar abkühlen von ihm aus gestoßenen gase soll kohlenstofffeilig sein hm ob sie schädlich sind ich glaube du hast an andere sorgen bei dieser kreatur handelt es sich um einen für das verströmen von eislos bekampften rüssel glatius aufgrund endokrinärer amt nahm dieses exemplar allerdings eine enorme größe an was ist denn das beim rüssel giga bedeutet das nicht dass dem rüssel bibber eine verkürzte lebensspanne beschieden ist tatsächlich ist sie im vergleich zum gewöhnlichen rüssel glatius sogar verlängert also wir lernen noch einen anderen in riesig kennen wie zu erwarten sind in dieser kreatur auch die organe erst trockeneis produzieren vergrößert gleich um den prozess effizienter zu gestalten puffmorschel sehen wir uns einmal die puffmorschel an sie stößt spuren aus die einen handelszyndogenen effekt auf pikmen haben bereits beim ersten einatmen verspüren sie zuneigung und fühlen sich zur puffmorschel hingezogen nähern sie sich ihr dann atmen sie immer mehr sporen ein die ihren verstand verwirren schon bald denken sie an nichts anderes mehr als die puffmorschel werden sie fröhlich in der gegend umhelfen und hüpfen und hüpfen die zurzeit am wahrscheinlichsten erscheinende theorie besagt dass dieser ambulofungus aus einem gewöhnlichen pilz entstand der mit der zeit tierähnlichen charakteristika entwickelte inklusive der fähigkeit sich fortzubewegen wenn die puffmorschel sich bedroht fühlt stößt sie die sporen unter ihrer kappe aus diese enthalten eine substanz die auf natürlich feinde der spezies eine halluzinogene wirkung hat bei pikmen etwa führt der effekt dazu dass sie die pushmuschel für ihren anführer halten und für diese auf nahrungsüro gehen oder sie sogar verteidigen so jetzt kommen wir noch zur serie die herbst ente die anderen beiden serien lese ich wie gesagt beim nächsten mal vor die bitterbombe das klingt auf mehrere harten falsch die treibhausfurcht als ich bäume mit diesen früchten sah versuchte ich ihre blüten zu finden doch erfolglos ich war äußerst frustriert darüber schon an der grundlegenden botanik zu scheitern doch beim ersten bisschen in die frucht war alles vergessen ist man diese frucht unreif wird man es bitter bereuen zornig zu reagieren ist dann aber fehl am platze vielmehr heißt es sich in geduld zu üben wer über die nötige disziplin verfügt den richtigen zeitpunkt für den vierten sehr abzuwarten wird reich belohnt saftkissen ihre farbe enthält erhält diese frucht durch die aufnahme des sonnenlichts bei sonnenuntergang in ihrer jugend ist sie bitter doch mit dem alter wird sie süß und nähert sich der perfektion kurz bevor sie vom ast fällt auch wir sollten achtung vor dem alter haben diese frucht erinnert mich an einen bestimmten sonnenuntergang mein sohn und ich gingen gemeinsam nach hause und direkt vor uns sank die sonne dem holz hat entgegen spektakulär war das nicht aber ich werde den moment trotzdem nie vergessen schönheitsideal welch noble frucht die anmutigen kurven und der zarte duft lassen an opulente tanz äh äh seele äh voller üppiger blumenarrangements und kultivierter gäste denken wenn ich nur ein bisschen von dieser frucht nehme fühle ich mich schon etwas eleganter mild und lieblich im geschmack dabei von einem eleganten duft umgeben stichwort duft man betrachtet nur die form erinnert sie nicht sehr an eine nase die ähnlichkeit ist verblüffend würde ich sagen ob diese frucht ihren eigenen delikaten duft riechen kann saftcontainer der fruchtsaftgehalt ist absolut erstaunlich unterschätzt man ihn wird man nach ein bisschen unter umständen von einer welle aus saft davon gespült deshalb empfiehlt es sich beim genuss der frucht immer einen schnorschel zur hand zu haben diese saftige frucht verfügt über einen hohen wassergehalt und die schale kann man gleich mit essen eigentlich also die perfekte frucht für eine wanderung durch die wüste wenn sie nur nicht so schnell braune stellen bekäme verkleidete delikatesse das obst auf diesem planeten ist erstaunlich groß wenn wir diese üppigen früchte kultivieren könnten müsste niemals wieder jemanden hunger leiden leider weiß ich nichts über den ackerbau vielleicht hätte ich auch meiner frau hören sollen als sie mir sagte ich soll mehr im garten arbeiten es war rasch dass überhaupt jemand auf die idee kam diese hässliche frucht zu essen das haarige äußere wirkt äußerst abschreckend und doch wurde ihr potenzial erkannt wir sollten dankbar sein denn sie hat sich als unerwartet schmackhaft erwiesen ich persönlich mag kiwi nicht goldene delikatesse ist die goldene delikatesse so anders als die verkleidete delikatesse dass sie einen eigenen namen verdient ich finde schon sie ist zwar ähnlich süß und saftig wie ihre verwandte aber ihr höhere gehalt an pikamin u macht sie einzigartig meine frau hat sich mal eine zeitlang sehr viel pikamine und deren nährwert interessiert sie wusste auswendig wie viel pikamin u lebens mit enthalten und pikamin a und p gab es natürlich auch noch bei mir ging das alles etwas vorbei aber sie war mit so viel eifer bei der sache dass ein paar dinge auch bei mir hängen geblieben sind meine frau würde diese frucht sicher sehr gefallen gnadenloser extraktor ach wir haben die herbstente damit auch durchgelesen das gruppenbild immer wieder schön ja wie gesagt die anderen einträge und die was wir abholen können das machen wir beim nächsten mal ich hoffe ihr hattet alle spaß beim zusehen wenn ja lasst ein abo und ein like da und wir sehen uns beim nächsten mal wieder tschau leute bis dann gleich mal wieder zumag Untertitelung des ZDF, 2020